Moin Leute und willkommen zur ersten Folge von Krunker. Ja. Oh. Alter, bleib halt einfach im gleichen Verständnis. Ja moin, so schnell geht Victory. Ähm... Was, du hast mich einmal getötet? Das... Ach nee, du hast mich zweimal getötet. Zwei... Ja. Aber warte damit noch 50 Sekunden, bis ich mein Objective eingenommen habe. Oh. Alter, wo bist du? Da, wo du nicht bist. Da, wo du nicht bist. Alter, was? Was ist deine Definition von da hinten? Was ist deine Definition von da vorne? Eine andere als deine von da hinten. Was ist eigentlich das Ziel des Spiels? Ich verstehe es. Ach, da ist noch ein anderer Typ. Wir müssen das Objective hier ein... Der Typ ist nett. Super. Aber... Ich weiß nicht welches Video ich z... zuerst hochladen. Ich glaub das hier... Ey, Alter. Schieß doch einfach, treff mal. Ich kann nicht treffen. Das ist ja das Problem. Dann... Lerntreffen. Ich bin zu schlecht für dieses Spiel. Haben deine Eltern dir nicht beigebracht, wie man Leute online erschießt? Nein? Dir? Natürlich. Oh. Dich auch angeschlossen, glaub ich, oder? Nee. Der kann mir keinen Average machen. Der ist in meinem Team. Oh. Was ist mit mir? Warum hab ich kein Team? Ich hab keine Freunde. Wie in real life. Ah, ich hab doch ein Team, glaub ich. Da ist so ein grüner... Da ist so ein grüner Typ neuer. Ich wollte den Typ messen. Schade. Oh, ein Level 35er ist beigetreten zu uns. Äh. Sag mir, wenn ich lost bin, aber machst du CTF? Keine Ahnung. Cool. Achso, Capture the Flag. Haha. Oh. Ich bin so lost, Alter. Oh. Mit was für ner Waffe spielst du eigentlich? Einfach mit... Irgend so ne Sniper oder sowas. Ja, eher, oder? Einfach mit nem Sturmgewehr, oder? Nein, ich hab... Ich hab nicht das Standardding genommen. Okay. Ich hab Hunter. Yo, wie... Wie OP ist das denn? Was? Ich hab einfach irgendwo hier in seine Richtung geschossen und einen direkten Noscope. Lol. Okay, man hat mit ner Sniper auch noch, ähm... Ne Pistol. Alter, was zu... Haben wir hier einfach nen Hacker, oder hab ich einfach zu wenig Ahnung von dem Spiel? Beides wahrscheinlich. Ah, ich nehm jetzt mal Revolver. Alter, ernsthaft. Guck mal hier, der Runner, der hat einfach nur ein Messer. Komm, ich spiel jetzt mal den Detective mit nem Revolver. Den spiel ich auch grad. Okay. Der sieht irgendwie funny aus. Alter, hier ist ja gefühlt alles in Headshot. Oh, ich hasse dieses Spiel. Können wir bitte was anderes spielen? Und dann, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Und dann, bis zum nächsten Mal. So, das war's dann mit der Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst ein Like da und ein Abo da. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Ich sehe mich fast nicht so sehr.